Coast-Vic-Care entspricht dem Zeitgeist. Es ist eine hohe Sensibilität für dieses Thema. Die Beträge, die der Gast in freiwilliger Basis einzahlen kann für CO2-neutrale Ferien, kann man fast 1 zu 1 wieder, oder am grössten Teil davon, direkt wieder in den Betrieb einsetzen. Man sieht etwas, man sieht wohin das Geld fliesst. Ohne InnoTour wäre das nicht möglich. Also das ganze Programm ist eine spannende Sache für uns.